Habt ihr schon mal was von YouTube-SEO gehört? YouTube ist die zweitstärkste Suchmaschine der Welt und damit nicht zu unterschätzen. Und Typix ist eine tolle Software, mit deren Hilfe ihr das Suchvolumen für eure Keywords auf YouTube ermitteln könnt. Doch das ist nicht alles. Ihr könnt auch direkt in der Software eure Videos editieren. Man wird Schritt für Schritt durch die verschiedenen SEO-relevanten Steps, also die Optimierung von Metadaten wie Title, Description, Hashtags und Co. durchgeführt, um seinen Videos ein besseres Ranking zu verschaffen. Das Tool liefert euch zudem Video-Ideen auf der Basis eurer vorab definierten Keywords. Man kann seine eigenen Videos natürlich analysieren lassen, aber auch schauen, was der Wettbewerb so macht und wie deren Videos performen und auch verschiedene Wampnets testen, sodass man weiß, welches Vorschaubild am besten für das eigene Video funktioniert. Neben dem Zugriff auf das leistungsstarke SEO-Tool, kann man beim gleichnamigen Wiener Unternehmen gleich weitere passende Services dazu buchen. Die Spannweite reicht hier vom Strategie-Workshop bis hin zur Optimierung eurer Videos durch die Typix-YouTube-Experten. Ich empfehle in jedem Fall, einen Strategie-Workshop vorab zu buchen, um sich überhaupt diesem Thema anzunähern und sein Team zu schulen. Und dann gemeinsam mit Typix ein 3-Monats-Projekt gemeinsam durchzuführen, indem man ein paar Videos optimiert. So kann man natürlich sehen, ob das Thema überhaupt für einen interessant ist und ob man dieses Thema angehen möchte. Und ist natürlich auch in Sachen YouTube SEO dann bestens aufgestellt, weil wirklich die Grundlagen vermittelt werden. Schaut doch einfach mal auf der Typix-Website unter www.tubix.com vorbei. Hier findet ihr auch viele interessante Blogartikel zum Thema. Zudem bietet das Unternehmen auch einen kurzen SEO-Check an für eure eigenen YouTube-Kanäle. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das mal anzuschauen.